Herzlich Willkommen bei Call of Duty Mobile. Defi Luis ist da, ne? Wir machen hier was für einen Klangkrieg, Team Deathmatch. Moin, moin. Und wir machen mal Ranglistenspiel. Also, lass uns mal reingehen. Wir werden ja reinorgeln. Was geht los heute? Lasst uns beten. Okay, welche Waffe? Oh Gott. I don't know. Ähm, okay. Ich glaube, ich bleib bei der MX9. Erstmal. Erstmal, am 13. Starten. Hier machen wir mal auf Freund, Freund. Okay. Let's do it. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Weil wir relativ low im Rank sind. Also im Rang. Ja, aber... Ich bin schon tot. Ja, so fängt das nämlich an. Man weiß ja nie. Das ist ja auch von den Team-Aids abhängig. Drei, drei. Ich habe heute auch noch null Kills irgendwie. Zwei. Jawohl. Zwei. Kochen! Yo. Jo. Übertreib doch nicht, Mann. Kochen! Okay. Ja, hier hinten lang ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich weiß nicht. Den gestorbenen hätte ich haben müssen. Okay Ich weiß nicht, das muss so ein Bot gewesen sein Ey Ey, 11.14, also läuft nicht so gut Ne, gar nicht gerade Eine Kinderdrohne Äh, jetzt Jetzt einsetzen, bitte Bitte töten Okay, ich hab einen Okay Ich stell jetzt mal ein Geschütz auf Komm jetzt gleich hier wahrscheinlich Ja Ah, Mist Hat er mich noch geholt Okay, jetzt müssen wir aber auch rein Ey, ich sterbe nur die ganze Zeit Was ist denn das für eine Scheißrunde hier? Ich sag ja, das ist Team-Mates abhängig, ne? Ja, die Gegner, die kommen entweder von hinten oder was für immer Äh, von hinten Ey, das kriegst du doch nicht Oh, mein Gott Lass mal das Snoop Dog'chen los, Fundi Fundi Wauwau Was? Fass Okay Keine Ahnung, wo die sind Oh, Junge Keiner gönnt meinem Hund mal was zu essen, Alter Ja Selbst ich nicht Komm, Hundi Ja Ja, hol dir Gönn dir Hinter mir Ach, im Spawn war der Hab ich nicht gesehen Hab ich nicht gesehen Boah, jetzt hab ich endlich mal gedacht Also meinst du jetzt keine Runde, die ich hochladen kann? Deinetwegen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Okay, aber wir sind sehr gut Stand ganz gut ein Okay, haben wir Komm schon Hey, immer dieses von hinten abgeschießt, was soll denn das? He Oh Hät ihr mich denn geholt, verdammte Scheiße Aha, okay, ein bisschen übermotiviert, würde ich sagen Oh, meinem Hund gönnt auch keiner was zu essen Ist halt so Kommt ein Diefvogel hierher Oh, die eine, diese Sina oder er Er ist die S Die wäre es Hab ich gerade weggemacht, die, Alter Die ist halt krass Ist doch gar nicht schlecht Oh, fuck, Alter Im jetzt Ein Kill noch Sauber haben wir Boah, große Vorgrunde War aber nicht so gut Gar nicht schlecht Von den Kills war es Lash Hä, warum bin ich nicht, äh, äh, MVP? He Okay Okay Ja gut, so kann man es natürlich auch machen Nice Okay Okay Okay, lass mal jeder den Daumen hoch Genau Na, hab ich halt noch Weckchen geschafft Demt Wurden wir mal sehen, ne Krass. Hm, die haben mich manchmal gut gemacht. War die gar nicht so gut wie Alter. Nö, genauso schlecht wie du. Spaß. So Leute, haut rein. Tschüss.